Ich komme hier nicht dort rüber, ich könnte natürlich dort rüber springen, bringt mich das weiter? Unklar. Aber? Ich habe einen Tegel. So. 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 started. Were you parle English? Yes. So. So. Now. So. So. Do you. Also ich müsste irgendwie auf die andere Plattform kommen, einfach ganz dort hinten. Ich kann einfach irgendwie auf den Berg springen und dann so oben durch mit den beiden Röhren da drauf. Klingt doch ein Plan, oder? Super, Gäumse Strike. Nein, eben, bis jetzt noch nicht so. Aber, äh, ja. Man ist offen im Leben. Man ist definitiv offen im Leben. So, jetzt ist natürlich die Frage, komme ich überhaupt überhaupt auf den Bleifelsen hinauf? Wir probieren es mal so. Und natürlich da eine Röhre. Felsen springen. Ah, ich bin gleich hier. Ah. Der meck ist einfach hureschneuer, wie er das gemeint. Ich bin auf eine Geinfeldung, die ich mal abstellen musste. Ah, weisst du was? Ich bin ja... Also ab und zu. So, ich zeige euch jetzt mal. Ganz etwas lustiges. Wenn wir dann anfangen zu überlegen und dann doch überall mehr als ein oder zwei Masken ist dann auf der Karte. Ja, dann kommt dann einmal in den Sinn, was man dann alles für Waffen hat. Doppelsprung. Doppelsprung. So. Wir haben ja... Eine Energiefeldwaffe. Ha. Ja. Und schon kommt man weiter. Oh. Okay. Oder halt. Wird schlecht, oder? So. 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 Huh? Next lag, alright. So. 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 Nicht schlecht. Jetzt können wir richtig fücheln. So jetzt Toppersprung. Ich gebe mir die. Das gibt mir wirklich Mühe. Ich habe meine vier Kollegen. So. Ich behaupte, wir haben es nicht schlecht geschafft. Was ich immer noch etwas unmöglich erreichbar finde. Ist das einer? Siehst du das? Er sieht aus wie ein grosser Schlüssel. So geil. Ich denke, es ist ein grosser Schlüssel. Ja, genau? Na, das ist es. Ja, ja. Ja, ja. Und nochmal. So. So einfach ist das. Wie viele Kollegen haben wir? Vier. Ja. Ja. Das ist gut. Alles gut. Copyright. Okay, jetzt. Und Opferwert. So. Irgendwie traue ich der ruhige Stimmung gerade nicht. Aber schau mal, was wir da entstanden haben. Also. Okay. Guck. Guck. 안. Guck. 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 netter wird alles nicht Die prismatischen Kerne reichen nicht, wir müssen mehr finden um weiterzukommen, aber wo sollen wir suchen? Jetzt hast du eine gute Frage, ja? Ich würde jetzt mal behaupten, überall wo es grüne Vierkli hat. Was ist bitte das? Ah, er ist ja da. Ah, der war cool. Bitte, was Gutes. Weisse Beisser und Karin Kopf. Okay. Ja, es wäre natürlich schon cool, wenn wir da den Mack noch wieder ausbauen. Oh oh. Ja. Läver B. Läver B. Läver B. Läver B. So ist noch ein Frage. Oh, mein Drecki. Der Mech ist dann einfach wirklich freundlich am Mech. Ich muss mehr Schaden anrichten. Verdammt! So einfach ist das. Jetzt hoffen wir, dass das vielleicht sogar hier in der Nähe wäre das grüne hier unten. Das sieht doch wieder aus. Wo bitte soll denn das sein? Ich weiss ja nicht. Also rein navigationstechnisch fände ich es schon noch cool, wenn es einfach ein eindeutigere Ziele hätte. Ich weiss gar nicht. Ein einsames Becken. Das ist wieder Schmetzlerei. Die Wiege. Gut. Was haben wir denn da? Also dann würde ich gleich sagen, da ist das Teil. Hoffen wir mal, dass es gut kommt. Das ist gut. Schön. Sieht ja nicht. Was ist das? Ah, was ist das? So. ich habe Es hat wieder nach Spinnen getönt. Gehts gerade? Gut. Ich erfahre es, dass es komische Feuerwölfe gab. Auch nicht wirklich freundlich. Das hat es gerade danach getönt. Das ist genau da. Aha. Sehr gut. Level 5. Ich habe Angst. Soll ich? Soll ich nicht? Ich weiss auch nicht. Was habe ich denn überhaupt noch das Level schon? 4. Ah, Level 8. Nicht schlecht. Gut. Ich glaube, das ist eigentlich wahr. Ich habe noch einen Schluck. Ich trinke aber zuerst noch einen Schluck. Ja. Wie ist denn mit dem? Ja. Wie ist es? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ah. Ja. Ich muss das machen. Oh, rein da. Gemütlich. Also, machen wir das. Jetzt nütze ich da mal auf den Latte-Screen-Kurs. Um mich ein wenig... nähren. Ein bisschen Schokobungs übrigens. Don't mean we got 1-2-1. Das Brutnest. Mal schauen. Mal schauen. Jetzt noch... ganz kurz einmal rusten. Hier bin ich wieder. Also, jetzt haben wir da eigentlich schon... So. Uh! So. No, yeah. Huh? Das ist hier. Das Blutnest. So. Jetzt... Da. Da. Jetzt. Da. 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 Das ist schon ein Problem mit mir, Brotwelle. Voll easy. So, bis jetzt aber für ein Kapitel namens Brutnest noch ein bisschen zu ruhig. So, dass wir das festgehalten haben. Ich glaube da geht noch etwas mehr. Okay. Ich hoffe es wird wieder besser. Ja. Es wackelt und knackelt hier in diesem Game. Ich hoffe wirklich alles. Ich habe das Kadeem Halt und alles. Das war's. Yes. Oh, dann kommen wir nach oben. 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 so ja 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 Wir sind dann auseinander. Yes! Da kann man noch einen Freuden-Sprung. Aber ich muss sagen, jetzt ist es wirklich so etwas... Alles klemmt gewackelt und die Grafik ist nicht mehr so, wie sie gerade war bei mir. Aber ich hoffe, auf eurer Seite ist es immer noch etwas lässig, um zuschauen. Für mich ist Spielen jetzt gerade etwas herausfordernder, als noch vor 10 Minuten kann ich sagen. Aber ja... Vielleicht läuft mein Kistchen ja langsam warm. Recht fest, daran müssen wir rum basteln. Und... Ja, er hat dort schon gut... Gut ein paar Grades mehr als normal am Laufen. Aber es ist halt geil, so ein... Spiel-Gras-Streamer-Rianderer. Das braucht doch... Das braucht doch ein bisschen... Ja, wie würdest du sagen? Frechne Leistung. Gut. Geiler Schlüssel, 0-1. Jetzt haben wir den aufgenommen, also gehen wir mal rein schauen. Gut. Gut. Ja, bleiben wir... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, mache ich roten Tote. Genau. Ich hoffe es ist gleich. Bald besser mit der Grafik. Sorry, ich wollte hier nicht reinschauen. Ja, bei mir ist das gut. Das gefällt mir nicht so. Aber Augenblick ist gut. So. Ja, und wir kommen wieder von der Richtung. Darum gehen wir in die Richtung weiter. Okay, cool. Level Upgrade ist immer gut. So. Ah. Was deutet bei mir als Telefon privat? Was sollen wir jetzt machen? Ich glaube, ich spiele jetzt einfach mal weiter. Ich spiele noch weiter. Los Mag, such! Aber, ich glaube es ist ein guter Zeitpunkt. Weil meine technischen Probleme, die dringen mich zurück. Ich habe kurz auf den PC-Night starten. Von daher, ich muss mich entschuldigen. Ich muss es heute ein wenig abkürzen. Aber, nichtsdestotrotz. Schön sind wir dabei gewesen. Beim Livestreaming. Eine halbe Stunde kürzer als ich wollte. Aber, ich mache da weiter. Ganz bestimmt. Und freue mich, wenn das nächste Mal auch wieder dabei sind. Wenn ich da entsprechend... Ja... Versuche die Welt zu retten. In diesem Sinn. Danke. Ciao. Bis nächstes Mal.